Hallo liebe Freunde und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wartet mal, ich tu nochmal ganz kurz die FPS-Zahlen runterstellen. So, okay. Ich hab jetzt bloß mal ne kleine Aufnahme gemacht. Ich hab jetzt mal nen kleinen Obstalat gegessen. Psst, erzähl's kein weiter. Ah, der Retrak ist Obst. Kann man ja auch mal sagen. So, okay, was machen wir denn in die Folge? Ich lau's hier grad den Kreis rum, wie ich merke. Ähm, haben wir denn was zu tun? Das Orangen ist Randale, das wollen wir natürlich nicht machen. Da müsste Trevor ran. Wir könnten jetzt zurück zu Michael fahren. Das ist Franklin's Angelegen. Kommen wir fahren wieder zurück zu Michael. Kommen wir fahren zurück zu Michael. Den langen Weg, den gönnen wir uns heute mal. So, stell den hier ne schöne Karre bereit. Den Jeep würd's nicht nehmen. Naja, komm, nehmen wir wieder unsere alte Karre hier. So, und natürlich Radio... Na, Radio aus. So. Okay, dann geht's auch schon los. Und schon. Was war das Ding gerade? Habt ihr es gerade gehört? War ja lustig. So, zum Glück sind wir auf der Autobahn. Kann man ein bisschen Gas geben nach Hause weg. Hui. Spiel mal ein bisschen Alarm für Kopf reif. du kenne das die musik dass sie immer noch so ist ich guck das korne ich weiß es bloß ich guck es nicht aber ich weiß es ja keine ahnung so wie man gas geben kann ja auf daten ist eigentlich schon krass aber na gut das auto so schnell ich bin schon an der höchstleistung von dem wagen und naja gut sie ist ja das resultat aber wir wollen ja trotzdem die wagen so und dann hier raus genau ach scheiße das war natürlich sehr schlau von mir das nennt man auffahrunfall scheiße ich höre irgendwo die polizei ich hoffe wir bekommen keinen bunten stamm wieder so ok wir sind ja gleich da freuen wir haben es ja gleich geschafft wir machen doch gleich wieder weiter ich weiß gar nicht wenn man da jetzt da ist vielleicht gibt es jetzt einen dialog wieder keine ahnung es ist sehr wahrscheinlich so aber na gut das werden wir alle sehen gleich was hat die gerade gesagt habt ihr es gerade hörst du k ist so schütt dein auto ist scheiße was die gar ist doch geil hier also das morgen kannst du dir vorstellen doch krass ach wir haben wieder ein hollywood auto naja ach sorry winwood es heißt ja hier winwood so ich hoffe dass die geräusche wirklich nicht zu laut sind muss ich mal kurz testen ja sind ja eh plus fünf aufnahmen als von daher können wir das mal machen so ok jetzt sind wir gleich da noch einmal abbiegen rechts und dann sind wir auch schon da ach du sack hat immer den weg abgestrengt so sind wir da sind wir da ok was ist wrong with smoking in my house you know ever since that psychotic pal of yours turned up you turn into an even bigger asshole thank you your support my difficult times means the world to me i supported you i left everything to come here with you and still that crazy bastard turns up i'll handle how i don't know oh you know what just keep him away for me and the children you lowlife whoremongering asswipe did someone say yoga no i think she said whoremongering asswipe hello fabian darling namaste amanda are we ready to practice yes oh yes she's very center a regular oasis you see what i live with what i live with i grow up with anger issues and worse friends no wonder i'm so upset you too please namaste we practice michael michael join us please no please no no the yoga is for sharing come come michael go awesome so fab if you can make me as happy and mellow as my wife it'll be a job well fucking done we are all on our own journeys michael yeah no doubts why is she driving a tank on hers perhaps to deal with your hostility michael now here is good we have the sun and the murabunda the asol now we begin to put the asol to the earth yes we begin each sequence katasana yes or mountain pose one two three mouth and anus are perfectly in line show him amanda one two three it is perfect now michael i don't know about this i must got a little bit of a i 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 So, einatmen, Freunde, macht mit! Und ausatmen. Oh, wow! You feel that? The emotion inside? Let it go! Michael, join us. I feel like I'm channeling bullshit right now. You can't breathe, can't you? Let it go! He's got great core strength for someone who's totally rotten there. The silly man forgets to breathe. Let it out, you're turning red. There. There it is! Okay, 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 Freunde, das sieht ganz gut aus. Wir machen das ganz gut, ganz gut. Very good. Now let it go! You feel that? Also, ich fühle nix, ja, ein Controller, aber in dem Spiel wahrscheinlich schon. Okay, okay, okay. Wow! Ach, du Scheiße. Let it out, Baby! Let it out, Baby! Tight! Tighter! I'm about to feel some emotions, all right. Remember, children, do not fear the unknown. We are the unknown. Show us, Amanda. I don't think Michael's up to this. He may surprise you. Plank. Plank. Chaturanga. Chaturanga. Yeah. Feel the flow. Everything is flowing in me. Mike, would you? Okay, wir sind wieder gefragt. Geh einmal nach außen. RT und LT. Okay. And release it. If you'd found yoga before, you wouldn't have been that way with Coach. Your lungs, they work, yes? Just exhale, Michael. Your aura is just like, wow! Breathing is almost the most important thing, no? We need to talk to the kids about having a family session. Take a breath. Come on. Out through the mouth. Follow me, Titor. It's okay. Okay, jetzt nochmal nach oben. Komm. Einatmen. Let it go. Let it go. The backlight eye between your thigh. Take in the air and release it. Let it go. You're turning red. Tell me you don't feel centered. Okay, jetzt wieder ein... Hoch gehen. Your inner eye. You have come a long way today, Michael. Yes, later you will cry like a baby. Yeah, right. His chakras are completely blocked. Don't worry about him. Show me the downward dog. I'm glad we have helped with your impotence, Michael. What'd you say? Your sexual energies have been blocked for too long. Back into my pelvis. Back. Back, back. Yes, there you go. Oh! 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 What? Enough of that! Yoga is the answer, Michael. But what is the question? Uh, why am I such a moron? We are leaving and we are never coming back. Good! You are alone, you pathetic psychopath! Fuck you! And that... phony... French... fucking yogi! Gah! Ach, alter. Geh in Jimmys Zimmer. Also, wir müssen ja erstmal trocken werden hier. Na ja, gut. Geh mal mit nassen Klamotten rein. Ach, kacke. Ach, ich höre mir noch ein Schnupfen. Wir rennen mal. Uh. Was ist denn das? Ach so, dann können wir wieder... Na gut, wir müssen eh hoch. Wah, schnell hoch. James, geh weg! Oh ja, fuck you! You know what? If there was a rape-button, I'd be using it right now. Unless... You're a faggot and you like that sort of shit. And then... I'll just rape your mom instead. Nice TV. I pay for that? Yeah, you smashed the other one, didn't you? Alright, come on. I wanna go for a right. I gotta meet a friend. Ach, alter. Spiel durch heute, GTA 5. Okay, so I'll go meet him with you. Come on, I wanna get out of the house. I'm not going alone. Come on. This is fucking bullshit. 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 Bullshit? Threatening to molest your online buddies is bullshit. They're not my buddies. They're the only people you speak to. Oh, come on, Jimmy. Warte mal, ich halte noch mal ganz kurz die FPS hoch. So, steig in den Wagen. Natürlich machen wir das. Ein Vatersohn Tag. Burger Shot. Na gut, Vatersohn Tag eher nicht. Wir müssen den eher. Oh, sorry. Ja, na gut. Ich hab's doch erstmal wild draußen. Ich hab's doch erstmal wild draußen. Milkshake, Fries. Ew, bitte. You know, you're really creeping me out. I'm trying to relate to you. No. You're trying to take me on some nostalgia trip. You're such a cliche. Oh, says the dope smoking game-playing live-at-home-world owes him a living millennium. Ich wusste es! Ich wusste es! Der Masch wird es nicht geschehen! Der Monster hat sich verletzt! Was willst du überhaupt nicht sagen? Der Real ist, der bitter, verdächtige Mann. Du schaust bist ein Vater, aber du möchtest mich, nicht du? Ich nicht möchtest, Jim. Wie viele Male... Ich liebe dich. Ich bin sorry, wenn ich das nicht richtig express habe. Aber warum ist es, dass wir zusammen sind? Weil du dich schlussendst du bist? Du musst wirklich treffen, mein Freund? Ja, ich bin wirklich. Dann bitte nicht wunderschön! Für einmal in dein Leben, nicht wunderschön! Hier ist er! Der Freundliche Nachbargerin. Yo! What's up? What's up, man? Hey, wer ist das alte Mann? Das ist mein Vater. Oh, all right, Mr. DeSanto! Oh, du Scheiße! Oh, du Scheiße! Oh, Jimmy, Bro, dein Vater ist lustig, Mann! Komm mal, mach das Scheiße und lass uns gehen! Oh, ja, du hast das andere Ding? Oh, ja, 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 ja! Komm mal, what the fuck, Jimmy! Just, just hold on! Oh, all right, all right, later on! Okay, aber mit dem? Hey, let's bounce! Bounce! We're bouncing now! Is that what we're doing? Jesus fucking Christ! Okay, ein Abflug, warte mal! Ich wende mal ganz kurz hier! All right then! Now what? Can we just get back to the house, please? So, fahr'n wir mal wieder zurück! So, fahr'n wir mal wieder zurück! Zu Michaels Haus, natürlich wieder zurück! Bloß'n hier, Joghurtgold, oder kein Ahnung was, Müllshake, oder so! Und wieder nach Hause, na klar! Das ist ein pedestrian-kartiger Typ! Fine! Gib's hier! Okay, dein Geil! Vielleicht, wenn wir nach Hause kommen! Ah, wer ist das jetzt? Äh... Äh... Ist du okay? Äh... Äh... Alter, ne... Hat die... ... du bist so paranoid! This is just the fight! Alter, du bist so... Alter, du bist so... ... du bist so... ... du bist so... Na, super! Toll! Das ist nicht richtig! Alter! Scheiße, wie soll ich denn so fahren? Ich muss stoppen! Oh, was war da drin? Es war harmlos! Aber du hast ihn für die Tür benutzt... Ach... ... du scheiße! Du bist so... ... du schickst... ... von dir selbst! Auch so, ich habe Geld aus deiner Bankkampagne... ... und ich gehe auf! Okay? Du bist so crazy, Dad! Komm! Jimmy! Alter, Jimmy! Was machst du denn du? Ne... Äh... ... Fertig! Alter! Also, ich kürze dein Taschengeld... ... ist doch so eine Wahnsinn! Was macht denn der? Öh... Und wen wird denn da jetzt weggeschleppt? Ähm... Hallo? Wir sind noch nicht bei Sache... ... wir sind doch irgendwie so in einer Trance... Oh... Oh... Was... ... zum... ... Teufel... Äh... Alter! Ernsthaft! Alter! Ernsthaft, oder was? Das geht doch nicht! Das ist krass, ey! Nee! Na, super! Ah, Finger weg von meinen Genitalien, ne? Na, da grinsen sie alle! Müssen wir Zähne putzen, ey! Na, äh... Ja, na klar! Wa... äh... Was? Ähm... Hallo? Was? Was? Was zum Teufel, Alter? Was ist denn das zum Scheiße? Alter, ernsthaft! Juhu! Scheiße! Ich kann fliege! Lalalala! Ich stehe unter Drogen! Lalalala! Ich stehe unter Drogen! Ich kann fliege! Lalalala! Ich seh die Welt zu bunt! Lalalala! Ich hab den Stoff zu rund! Was weiß ich, was ich hier gerade singe! Ich kann fliegen! Ich kann fliegen! Ich kann fliegen! Wuiiii! 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 Das ist so ein Scheiße, ey! Das gibt's ne... Wuiiii! Scheiße! Komm, mach mal hier mal Batman-Style! Wuiiii! Wuiiii! Das erinnert mich an Saints Row 4! Alter! Das ist ein Scheiße, ey! Du bist doch gar nicht! So, wo wir landen, wo jetzt, da? Ist die Frage! Das ist ein Scheiß! Der Autobahn war nicht so gut, Alter! Und da noch die Musik dazu! Die passt perfekt, Alter! Das geht gar nicht! Woaaa! Waaah! Irgendwo muss ich jetzt hier landen! Oooo! Hehehe! Das ist ein Scheiße, ey! Das muss doch nicht wahr sein! Boom! Das ist . Oh, ne! Ich sag dazu nichts, Freunde! Warum? um wir sind noch ein bisschen benebelt wie das aussieht das ist ein scheiß ich krieg mir gerade gar nicht mehr ein freunde komm wir schnappen uns das fahrrad na klar alter nackig komm ok jimmy das darf doch nicht wahr sind natürlich hier das ist ganz normal freunde das mache ich sonntags auch immer gerne mit buchsen auf dem fahrrad schmeißen und sonntags umdüsen soll wir halten gott sei dank nicht mehr lange an die drogen so kann der hier nicht aber wir sind ja eh gleich da als von daher das ist ein scheiße das muss ich mir dann mal angucken im video ach schön schön ne schön so gott sei dank sind wir gleich hier da alter jimmy wenn ich dich in die finger bekommen so ihr noch ein bisschen krafttraining machen will die warten trainieren so und jetzt sei jetzt kann ich dich mal ja jetzt packe ich dich am kragen so ne mann hallo b ich denke du hast endlich deine minde ihr recent behavior in the company you've been keeping already had me very concerned now you've taken to attacking my fabian was a close friend and then jimmy said you took drugs while driving them in your car we've decided to move out for a while you promised me you change and you haven't changed a bit i know you say i always act like i'm in a movie well this isn't that i think i'm gonna speak to a lawyer i'm just really confused please don't try to contact us and try not to get yourself killed amanda fuck Fuck!